Wodeon ist ein nicht arbeitsfähiges Ensemble. Wir sind zwei SängerInnen und ein Dirigent. Na ja, damit wir dann doch arbeiten können, holen wir uns Freunde aus den verschiedenen künstlerischen Disziplinen und machen wilde Programme zusammen. Letztlich machen wir nicht Musik, damit es schön intoniert ist. Wir sind ja keine Intonateure, sondern wir sind Sänger und Sänger wollen singen. Deswegen soll man sie auch singen lassen.